Wie stürmisch wird das Wochenende? Dieser Frage wollen wir uns jetzt widmen. Manche Wettermodelle haben sogar für den Sonntag ein Orkan drin. Und es ist für euch jetzt ganz wichtig dran zu bleiben an unseren Prognosen. Checkt immer wieder die Wetter.com App bzw. die Wetter.com Internetseite. Da seid ihr am besten informiert. Aber ich persönlich habe so einen großen Unterschied in der Modellwelt nicht erlebt, dass man bis ein, zwei Tage im Voraus nicht genau sagen kann, was kommt. Was kommt, ist allerdings dann auch Zeit und Gebietsweise der Regen. Solche Bilder könnten uns auch erreichen im Lauf des Sonntags. Abgedeckte Dächer, umgeworfene LKWs. Seid da bitte vorsichtig, wenn es eben besonders schlimm kommt, so wie im Augenblick das amerikanische und das britische Wettermodell das uns zeigen werden. Schon der Samstag sehr ungemütlich, windig bis stürmisch. Im Norden Gefahr von Sturmböen. 80, 90 Kilometer pro Stunde im Süd. Und ein bisschen weniger in Mittelstärke 3 bis 4 an der Küste im Mittel 7 bis 8. Eine Regenfront zieht durch am Samstag. Dahinter gibt es einen Mix aus Sonne, Quellwolken, lokalen Schauern. Einigermaßen verhalten die Temperatur für die Jahreszeit 6 bis 12 Grad. Am Sonntag kommt dann, irgendwann, wie gesagt, im Lauf des Tages, das erwähnte Sturm-Orkanfeld. Mit wieder Regen und dahinter Graupelschauern und einzelnen Gewittern im Osten. Da hält es noch am längsten mit Sonnenschein. Und dann, wenn eben der Sturm-Höhepunkt kommt, spätestens in der Nacht auf Montag, wird es dann in der Folge deutlich kälter. Am Montag, Aprilwetter-Mix, Schneeschauer, Graupelschauern, Regenschauer, einzelne Gewitter. Der Schnee kommt zum Teil bis ins Flachland runter. Und bitte aufpassen, im Bertland glätte oberhalb 500 bis 700 Meter.